Es ist Montag, der 1. März 2021. Mein Name ist Peter Miller und das ist Ihr täglicher Nachrichtenhaben. Die Themen heute. In der Nähe von Grumbach wurde ein Mann angeschossen. Die Ulmer Polizei geht gegen Poser vor und endlich haben die Friseure wieder geöffnet. Gestern am Sonntag wurde die Polizei an den Oberecker Stausee bei Wiesenbach im Kreis Günzburg gerufen. Ein Mann würde zwei Personen mit einem Messer bedrohen, hieß es. Als die Polizei dann eintraf, war der 27-Jährige nicht nur unkooperativ, sondern ging mit dem Messer auch auf die beiden Beamten los. Der Mann wurde mehrmals aufgefordert, sein Messer fallen zu lassen, der wollte aber nicht hören. Daraufhin haben die Polizisten dann Pfefferspray eingesetzt und Warnschüsse in die Luft abgegeben, was den Mann aber auch nicht interessierte. Als der Mann dann weiterhin auf die Beamten zukam, schossen sie auf den Mann und trafen ihn im Bein. Der Täter sowie die Spaziergänger, welche die Polizei gerufen haben, kamen ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Memmingen gegen den 27-Jährigen. Die Ulmer Polizei hat jetzt im Frühjahr die Autoposer im Visier. Es soll stärker kontrolliert werden. Eine erste größere Kontrollaktion gab es jetzt übers Wochenende und in der gesamten Innenstadt wurden mehrere Fahrzeuge kontrolliert. Und bei den Kontrollen kam es wirklich zu allerhand kuriosen Geschichten. Er war mehrmals im Altstadtring und ist damit aufgefallen. Bei der Kontrolle der Dame gab sie dann an, sie würde ein Milchshake-Geschäft suchen. Das Problem war aber nur, im Auto saßen noch drei weitere Personen und somit wurde gegen die Corona-Verordnungen verstoßen und die Dame wurde angezeigt. Ein anderer Autofahrer wurde in der Blaubeurerstraße kontrolliert, da an seinem Fahrzeug ein Blaulicht eingebaut und dummerweise in Sichtweite der Beamten eingeschaltet wurde. Das Blaulicht wurde sichergestellt und der Fahrer bekam eine Anzeige wegen Amtsanmaßung. Zudem war ein mit drei weiteren Personen im Auto, was wieder ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung war. Die Friseure haben endlich wieder geöffnet. Yay! Und bei mir, ganz ehrlich, wäre es auch mal wieder fällig. Nach wochenlangen Schließungen können Kunden mit Abstands- und Hygieneregeln wieder den Friseur ihres Vertrauens aufsuchen. Jedoch nur mit Termin. Dazu Donau3FM-Reporter Thomas Bremser. Den Mindestabstand waren, sich die Hände desinfizieren und Maske tragen. Die Friseursalons müssen sich an einige Regeln halten. Spontan vorbeikommen ist nicht, alle Kundinnen und Kunden brauchen einen Termin. Die FDP fordert, nach den heutigen Lockerungen auch andere Geschäfte zu öffnen, denn dort gäbe es ähnliche Hygienekonzepte. Wahrscheinlich werden Bund und Länder übermorgen regionale Öffnungsschritte beschließen, die sich nicht nur am Inzidenzwert orientieren. Solche Öffnungen könnten einhergehen mit Schnelltests und einer digitalen Nachverfolgung der Kontakte. Obwohl ja in Deutschland die 7-Tage-Inzidenz steigt, ist eine große Mehrheit der Deutschen für Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Nach einer YouGov-Umfrage ist nur noch ein Drittel der Befragten für eine Beibehaltung oder Verschärfung. Ganze 60 Prozent sind für Lockerungen oder eine komplette Aufhebung der Beschränkungen. Unterdessen meldet das RKI 4700 Neuinfektionen binnen eines Tages, 300 mehr als vor einer Woche. Das war's mit dem Nachrichtenhappen für heute. Wir hören uns morgen wieder und ich gebe jetzt erstmal einen Termin beim Friseur machen.